Willkommen bei NuSkin. Du fragst dich, wer wir sind? Wir möchten uns kurz vorstellen. NuSkin ist ein globales Unternehmen mit weltweiter Präsenz im Bereich Beauty und Wellness. Unser Ziel ist es, zur weltweit führenden Plattform auf dem Markt der Möglichkeiten zu werden und aufstrebenden Unternehmerinnen und Unternehmern die Chance einzuräumen, sich an der Seite einer global agierenden Marke mit preisgekrönten Produkten und bestmöglicher Unterstützung zu verwirklichen. Wir geben all jenen eine Chance, die sich etwas dazu verdienen möchten. Wir möchten eine Force for Good sein und das Gute in die Welt hinaustragen. Hohe Ziele, die wir erreichen werden. Im Moment haben wir 1,6 Millionen Kunden weltweit, die unsere innovativen Produkte schätzen. Du findest uns in etwa 50 Märkten mit ca. 200 Standorten, vom Nord bis zum Südpol. Und um genau zu sein, sind wir sogar an der New Yorker Börse notiert. Aber das war eigentlich nicht deine Frage. Dies beantwortet, was wir sind. Wichtiger ist, wer wir sind. Jede Geschichte hat ihren Anfang. Unsere beginnt in Utah, Provo, USA im Jahre 1984, wo NuSkin als Vision von drei Gründern entstand, die etwas anderes wollten. Blake Roney, Sandy Tillotson und Steven Lund wollten eine Firma gründen, die innovative Körperpflegeprodukte auf den Markt bringt. Produkte mit Inhaltsstoffen, die ihrer ambitionierten Philosophie entsprachen. Nämlich nur gute und keine schlechten zu verwenden. Leichter gesagt als getan. Doch das ist das Tolle an guten Ideen. Aus einem ursprünglichen Gedanken kann Großartiges entstehen. Man kann es mit einem Fluss vergleichen. Merkwürdiger Vergleich, klar, aber wahr. Er entsteht aus ein paar Wassertropfen. Vor 35 Jahren war dies bei NuSkin genauso. Doch bei uns standen Namen und Gesichter dahinter. Ein kleiner Kreis talentierter Köpfe. Ein Gebäude und ein kleines Netzwerk. 13 Produkte mit sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen, die unserer Firmenphilosophie entsprachen. In wenigen Stunden waren die Produkte ausverkauft. Die Leute waren so begeistert, dass viele sogar ihre eigenen Flaschen und Tiegel mitbrachten, um sich die Produkte löffelweise abfüllen zu lassen. Aus diesen wenigen Tropfen wurden mehr und aus ihnen entstand langsam ein Bach. Gleichgesinnte schlossen sich an und wurden unsere ersten Vertriebspartner immer mehr und mehr. Menschen, die unsere Vision, unser Ziel oder unseren Traum teilten, schlossen sich zusammen, bis NuSkin kein Bach mehr war. Wir wurden zum Fluss. Der lebende Beweis, was passieren kann, wenn wir gemeinsam dieselbe Richtung einschlagen. Immer vorwärts und immer zusammen. Wir verbinden Menschen. Dieser Zusammenhalt hat entscheidend dazu beigetragen, wer wir sind. NuSkin verbindet Menschen. Egal, ob wir auf der anderen Welthalbkugel oder Nachbarn sind, unser Geschäftsmodell ist und wird, schon zur Firmengründung, immer auf denselben Kernwerten basieren. Eine Unternehmenskultur von Unterstützung und Wachstum von Utah in die ganze Welt. Wir bringen Veränderung. Innovation und Kooperation standen bei uns immer im Mittelpunkt. Dies ist in der Qualität unserer Produkte und der Art unserer Zusammenarbeit erkennbar. Führende Wissenschaftler, bahnbrechende neue Technologien und Zusammenarbeit mit unvergleichlichen Einrichtungen. Wir machen das Unmögliche möglich und verändern die Welt um uns durch außergewöhnliche Produkte oder großartige Menschen. Velocity. Durch unseren neuen Vergütungsplan ist dies für unsere Partner noch einfacher geworden. Wir ermöglichen unseren Vertriebspartnern entweder durch Sharing, Building oder Leading zu verdienen. Durch Velocity ist jeder flexibel genug, sich seine Zeit selbst einzuteilen und seine eigenen Ziele zu erreichen. Durch den Verkauf von Produkten kannst du tägliche, wöchentliche und monatliche Verkaufsboni verdienen. Zurückgeben ist ein großer Teil von dem, was wir sind. Es ist in unserer Unternehmenskultur fest verankert. Unsere philanthropischen Philosophie, die uns verbindet. Wenn du dich dazu entschieden hast, mit NuSkin zusammenzuarbeiten, unterstützt du dich nicht nur selbst, du unterstützt auch großartige Projekte. Unsere Force for Good Foundation wurde 1998 ins Leben gerufen. Seitdem haben wir Millionen von Dollar für die Kinderhilfe weltweit gespendet. 2002 folgte unsere Nourish the Children Initiative, die dank unserer großzügigen Vertriebspartner, Kunden und Mitarbeiter über 650 Millionen Mahlzeiten für hungrige und unterernährte Kinder brachte. Zusammen haben wir es geschafft, den Bedürftigsten unter Ihnen etwas zurückzugeben. Wir wachsen. Man sagt, dass jeder Fluss im Meer mündet und auf uns trifft dies definitiv zu. Nicht nur NuSkin selbst wächst Jahr für Jahr in unseren wichtigen Märkten, auch die Branche blickt einer rosigen Zukunft entgegen. Doch wir wollen nicht nur als Unternehmen wachsen. Wir wachsen als Menschen. Wir haben beobachtet, wie Menschen kämpfen, scheitern und zurückkommen, um es nochmals zu versuchen. Wir selbst haben dies immer wieder getan. Wenn du dich mit uns, genauso wie mit dem, was wir sind, identifizieren kannst, dann ist NuSkin der richtige Partner für dich, um sich zu entfalten und zu wachsen.